Geil! Was ist los, Junge? Ich versuch's einfach mal! Das kannst du wirklich nicken, Alter, hier sind Tausende! Ja, du Wahnsinn! Alter, wie viel ich Platz gemacht hab! Alter! Wir haben Rekordhalber eingenommen! Fantastisch! Wir haben jetzt ein paar Spiele, dass noch Arschlos war, ne? Oh, er knallt da dir! Spiel auf uns! Munitionskiste bereit! Ich hab' meine Barke nicht dabei, nein! Oh! Schönes Ding von Johnny! Boah! Ich hab' meine Barke nicht dabei! Ja, ich hab' alles mit dir! Entfernt! Kommen wir, die Hände! Kommen wir, die Hände! Kommen wir, die Hände! Kommen wir, die Hände! ja in der visierung da ist ein feindliches einsatz dass du es alter und der andere anderen ist mir in dem game sogar schon passiert habe in johnny habe da kalt ich hab's gesehen Nein. Alter. Keine. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube, wir sind die Ersten, die so etwas Cooles hier errichtet haben. Boah. Oh, das wird geil. Das haben wir gleich. Oh, hier wird die Dingswing. Das ist ein Granatending. Boah. Oh, ne, war nur die Stange, war nur die Stange. Da. Kannst du dir sicher sein? Ich höre sie hier. Ja. Kannst du mir jetzt kommen? Okay, jetzt kommen wir. Oh, eigentlich kommt sich noch ein bisschen. Ich hab auch... Ah, so geil. Tja. Was macht denn im Battlefield das? Oh ja, war gut, Jus. Ich kann da nicht spawnen. Nicht genug Kraftkraft. Bei mir? Oh. Du hast zwei, dreimal einen Burn-Nadel. Ja, da ist einer, was? Ja, Johnny. Oh, scheiße, die Ballern noch vorne. Braucht ihr denn noch die Barke? Ja, ne? Ja, Barke will nicht schlecht. Ja. Barke steht. Er hat mich, er hat mich. Oh, danke, cool. Er hat mich wieder. Hab sie. Schönes Ding. Oh, von alten Seiten, Alter. Ja, Mann. Ja, die pushen aber extrem. Hm. Ich hab da ne Barke, da ist das Witzig. Oh, die haben sie entdeckt. Geht mir, suchen wir uns. In den Großteil des Gebiets. Kenne nach Gegner. Kommt man nach A1, wenn euch langweilig ist. Take's weg. Bitte, Snip. Bitte. Boah, wie hieß die ab. Geil. Da kommt ja eine Treppe hoch, Treppe hoch und Seil. Und Seil. Hab ich. Boah, nice. Oh, hinter dir, hinter dir, Johnny. Johnny, hinter dir. Boah. Da kommt zwei Seil hoch. Nein. Nein, nein. Oh, einen hab ich doch. Ah, wie witzig. Ja. A, T und A, A. Boah, ich bin so schlecht mit dem Middle Bird, ey. Ja, kommt schon was. Bambi. Ich kann ihn markieren. Glück stehen. Zwei Korte gesichert werden. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Oh, da ist ein Panzer. Da ist ein URV. Wo denn? Ah. Yes. Yes. Sauber. Da ist das Perfect. Ja, was ist dasоронige Memphis gegen ich das Spiel cursed schon. Oh, was ist anders? Der Fein, dass die Hälfte seiner Ressourcen verschlüsselt. Gut! Cool! Der Fein, der Fein ist unbrauchbar! Jawoll, den hab ich! Schön, da kommt ein Spot! Ja, hab ich! Da kommt auch was! Hab ich auch! Sehr schön, da oben ist noch was! Hier landet einer! Vor uns ist einer gelandet, der schloss jetzt hier 5 Grad! Der liegt! Mhm! Ja, sehr schön! Nice! Stefan, wo hat der dich? Will mal einer Kalle holen! Ja, ja, sicher, hallo! Ja, sicher! Oh, Kalle, ich glaub ich hab den nennt! Hier ist einer! Genau! Ich bin auf dem roten Punkt! Auf da einfach! Uhuhuhuhu! Ah! Oh, perfekt! Oh, perfekt! Wow, nicht gut! Nicht gut! Oh, da kommen viele! Viel zu viele! Weg hier! Tschüss, Tank! Hehehe! Was am Bucke! Der wird noch! Tibet! Hehehe! 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 So, jedermann Granätchen schnappen hier! So, jedermann Granätchen schnappen hier! Oh, zurück! Hehehe! 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 Echt? Was? Hinter uns! Oh! Gut, 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 gut! Hehehe! 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 Die kommen jetzt zu fünft! Hehehe! 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 Schrauben sich gerade! Alter, ich muss spawnen das solch wieder! Aber ich nehme spawnen Bucke mit! Das scheint etwas länger zu geben! Hehehe! Fecha! Hehehe! Hehehe! Ding gehackt ist, oder was? Ja, und du kannst nicht durch Wende hacken, das geht nicht! Er weißt du, wenn so eine Ecke liegt... Woaaa! Wie in den Gang... Äh, da kommt noch zwei, sind da noch Johnny! Drei! Direkt jetzt hier! Von hier! Links von hier, kommt ihr da, nehm? Hahaha, das war ich auch. Hahaha, komm denn, save ich dir. Boah. Das ist nicht gut. Boah, yo. Ja, ich sehe das Potential. Feuergranatgedöns hier. Hahaha. Oh, hohohohohohohoho. Alter. Oh, mit einem Fünf ins Gesicht gedrückt. hier auf jeden fall mega viele projektile an zerstören aber da schießt unser typ Schieß mal einmal rein. Ja, da kommt einer. Nice. Feind überwalt. Nice. Krass, Leute. Oh, ich hab noch einen. Nice. Ah, ich hab noch einen. Also immer weiter, immer weiter. Ja. Oh, guck mal nach vorne. Oh, schade, ey. Das ist voll gut. Aber wir gewinnen die Mühle hier. Oh, nicht schon wieder dieser Homo. Oh, du kleiner... Alter, ey, das gibt's doch nicht. Kann man da liegen und campen, ey. Mitten im Dreck. Team ist mir wieder versorgt oder geheilt. Ah, geheil. Die Kinderkarte auch nicht. Zaaack. Ah, so dreiviertel Leben noch. Boah, schön. Noch mal so einen SL. Ja. Hier ist er. Kommando zurück. Oh, ich hab einen Copy gemacht. Alter, mit dem... Mit dem Ding. Das muss ich aufnehmen. Was? Was? Ich hab keinen Fall und zerwischt. Stört sie dir so unterwegs. Oh, 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 oh. Voll. Nice. Hast du den? Ja. Super. Frau wird da hingenommen. Gucken wir mal... Und ist ein Stealth von denen? Ja. Partierebedrohung. 50 Grad. Entfernung 200 Meter. Oh, jetzt haben wir uns ein Stealth. Der Hariko raus, ich hab ihn getötet. Haha, der Hariko raus. Oh, der hat nicht mal viel, ich muss abkühlen. Ja, voll. Näh. Ihr glaubt nicht, was grad passiert ist. Wo sind wir in die Arschung? Oh shit, hier ist ein Tank, Jungs. Ich hab leider grad schon meine Stunts verbraucht. Oh, leider, 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 leider. Aber unser Maid Tank ist da. Yes. Jawohl, Johnny. Wo denn? Auf der Bar, auf der Bar. Oh, ich hab zwei. Gerade noch so gesporen. Hier ist Leute. Aber auch. Ja. Oh, nice. Oh, noch eine. Ich hab alle vier. Oh, nice. Ich glaub, die manchmal kommen die dann richtig in Strömen, Alter. Da kannst du die so wegholzen. Und sag, der hat jetzt. Oh, ich weiß nicht. Das kann er schon. Oh, ich weiß nicht. Das kann er schon. Bei der Bar. Gut. Und wenn wir hier. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh-oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Mann, das ist schon immer gut. Ich hab ihn. Aller ist schon wieder passiert.